So bekommt ihr aktuelle Kyoko und so kann man ihn auch spielen in Kamezin und Purpur. Ich würde sagen, wir starten erstmal. Natürlich ist der Terra-Typ Wasser, wir spielen als Wasser-Pokémon. Ich würde Muschelglocke mit reinnehmen, wenn ihr Heilung benötigt, wenn nicht einfach Expertengut zum Beispiel für mehr Damage. Moveset-mäßig würde ich hier mit Gedankengut Wasserring von drehen und Surfer spielen. Gedankengut, klar, um uns aufzupuschen und ein bisschen Verteidigung. Wasserring tut uns den ganzen Kampf über lange ein bisschen heilen, ist gar nicht so schlecht, ein bisschen Heilung mitzunehmen. Es ist Surfer als unser normaler guter Angriff mit einer 90er Stärke und von drehen ist im Prinzip prozentual an unser Leben gebunden. Das heißt, habt ihr mehr als 240 Leben, ist von drehen stärker als Surfer. Habt ihr weniger als 240 Leben, spielt Surfer. Ganz einfach. Dann spielen wir es natürlich auf Spezialangriff und KP, also auch die EV-Star maximieren und bekommen könntest aktuell über Strallerdiamant, Leuchtende Perle im Hamamasu-Park und über Pokémon Schild über die Dünabenteuer.